Wer in den lang ersehnten Urlaub fährt, muss vor der Abfahrt auch zu Hause noch einiges erledigen. Unsere To-Do-Liste hilft euch dabei, den Überblick zu behalten. 1. Verderbliche Lebensmittel sollten entsorgt werden. 2. Sorgt dafür, dass der Briefkasten regelmäßig entleert wird. 3. Beauftragt jemanden, der sich während des Urlaubs um die Pflanzen kümmert. 4. Könnt ihr eure Haustiere nicht mitnehmen, bringt sie bei Freunden oder in einer Tierpension sicher unter. 5. Entsorgt den Müll und leert eure Mülleimer. 6. Räumt eure Spülmaschine leer und lasst sie etwas offen, sodass die Restfeuchtigkeit entweichen kann. 7. Zieht unnötige Stecker vom Netz, das spart Stromkosten. 8. Stellt eure Heizung im Winter niedriger und nicht komplett aus. 9. Überweist offene Rechnungen, damit keine unnötigen Mahnkosten entstehen. 10. Sorgt für Einbruchschutz, indem ihr bei Bedarf eine Alarmanlage einrichtet. 11. Schließt alle Türen und Fenster ordnungsgemäß. 12. Hinterlegt Ersatzschlüssel bei Freunden und Bekannten, die in die Wohnung müssen.